Kann ich jetzt nicht mehr ändern, ey. Kann ich nicht mehr machen, ey. es ist Vielen Dank. Gibt es jetzt nochmal einen Power-Up, wenn wir durchs Ziel fahren? Beim Sprint, ja. Beim Sprint gibt es einen Power-Up. Das war aber jetzt nicht hier. Nein. Simons geht. Zieht sich lang. Alles gut. Achso, ich war gerade komplett woanders. Kutsch, kutsch. Kutsch! Aufsteht Nein! Nein, dann, na. Das ist echt. Aufstehen. Aufstehen! 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 ich dieses dörf die kasse es wird sein dass man versucht jetzt gleich immer wieder simmons er ist nicht ausgelastet in der liga hier schön zugefahren stark wenn ihr es nicht macht macht es niemand christian spritt segment ist es das aus dem aus dem dorf aus alles klar ist er gleich soweit ja was Vielen Dank. Ganz schön weit vorn positioniert. Vielleicht lässt sich nochmal kurz, aber jetzt müsst ihr eigentlich schon langsam Schwung aufbauen. So, und ab geht die Luzi. Ihr seid alleine vorne. Jetzt durchziehen. Sorry. Scheiße, Mann. Ja, war irgendwie nicht gut getimt. Ihr wart zu früh dran. Schade. Schade. Ach, jetzt ist gefährlich. Sieht sich. Das ist jetzt, scheint eine Attacke von KST zu sein. Ohne dreimal KST. Okay, zwei Sekunden raus. Mittlerweile habt ihr Mitschreiter, die auch arbeiten. Sieht ganz gut aus. Gleich wieder geschlossen. So, jetzt sollte es eigentlich mal ein Ende haben mit den Attacken. Weil irgendwie müsst ihr ja alle den Vulcano nochmal hochkommen. Ungefähr 20 Mann vorne. 24 vorne. Ja, richtig jetzt top ten. Ja, Nick, wann ist es bei dir schon wieder technische Probleme? Du hängst zurück, ne? Nee, ich hoffe eigentlich, ja. Okay. Nach dem Sprint war ich Ende. Hast du eine Gruppe um dich drum herum, Yannick? Nee, war. Ja, kommt gleich von hinten rein. Genau, Worte vielleicht auf die... Ja, ja, relaxe. Genau. Genau. Den Simmons kann er gehen lassen, den müssen wir nicht hinterherfahren. Ja, genau. Genau, 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 richtig. Er spielt euch jetzt nur kaputt, wenn er zu sehr auf den achtet, ja. Ja, ich muss nicht mehr rein. Ich habe keine Chance auf top ten. Soll ich irgendwas machen jetzt? Eine Fake-Attacke oder so? Ja, halte ich mal bereit. Vielleicht musst du irgendwie eine Lücke zufahren. Okay, ja, ja, ja. Wer war das jetzt? Jogger? Äh, Jogger. Ich versuche mal, hier hinten reinzufahren für die Fallpunkte. Ja, das bringt nichts bei dem Korn, glaube ich. Vorne sind so eine Abstände immer. Riskiere dann nicht zu viel. Okay. Weil bei dem Feld hast du maximal zwei Sekunden Abstand. Im Ziel aber deutlich mehr normalerweise. Dürren, gehst du? Ja. Ja, ja. Dürren ist dabei. Einmal KST ist das um, nicht drumherum. Ja, es geht Newton hinterher. Ja, ja. Lange ist noch. Ganz, ganz lange. So, vorne beginnt das Segment. Und, aufi. Dann habt ihr es aber auch geschafft, wenn ihr oben seid. Und, aufi. Vielen Dank. Das lässt sich vom Kopf her immer ganz gut zweiteilen hier, der Aufstieg. Wenn er durchfahrt, habt ihr ja nochmal kurz die Möglichkeit zu verschnaufen. Da wird es kurz flach. So, Simmons ist wieder vorne, macht Druck, aber auf den wolltet er nicht achten. Außer Sören, der jetzt gerade hinterher sitzt mit roten Zahlen. War ich nicht tot? Doch, die anderen zum Arbeiten schwingen. Okay. So, jetzt nochmal kurz steil. Versucht gleich dran zu bleiben. Dann kannst du dich gleich ausruhen, wenn ihr dann ganz flacher wird durch den Vulkan fahrt. Aber er tritt natürlich. Ah, jetzt nimmt er auch wieder raus. Schön. Bis dran. So, kleine Welle und dann könnte er kurz verschnaufen. Wenn dich Simmons verschnaufen lässt. Ich habe es, ich habe es. Ich habe es. So, dass – ich habe es. Okay, bitte richtig. So, ich habe es. So, ich weiß es. So, ich habe es. So, ich habe es. Jetzt ist noch einmal. Okay. So, ich habe es mir zu. So, ich habe es mir, weil ich es mir so gerade nachdenken. simmons geht mit 7 watt durch ich glaube genau das war es jetzt gut gemacht zu hören achtet immer noch auf windschatten das ist vorgehst die klemmen sich in den windschatten und sparen vergleicht zu dir oder du hast eine lücke mit 7 watt da tut sich was gerade auch hinter dir kleiner abstand ist schon gleich der hat gleich kein windschatten mehr und wenn dann sind es auch nur zwei die dir folgen können und noch eine feder wird jedenfalls richtig lang müssen hinter dir genauso ackern jetzt treten sie weniger was die lücke wird geht auf jetzt ist die lücke da jetzt nach würde sein dass der gleich aufschließt zu dir christian 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 jetzt hast du auch mal ein bisschen windschatten jetzt bleibt dran das ganze das ist eine des tanks da hoch volcano auch nicht zu viel bleibt im windschatten der hat sieht eine feder schön drinnen bleiben den schatten ja wohl hast ihn wieder sauber 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 ist nicht mehr weit da vorne ist das ziel aber das kannst du sowas von jetzt geht es schon um die wurst wenn du jetzt das durchziehst das werden sauber dann hast du ihn der zieht sich der zieht sich komm komm attacke attacke komm richtig 50 meter komm 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 der kann auch nichts mehr aber den dritten hast du sicher der zweite platz das war der zweite zweite zeit ich dachte da war vorne einer weg ach so die zweite zeit nein war keiner weg sauber die kurse in der zeit scheiße was ist denn hier los alles gut Sven du hast super punkte geholt bei mir klappt heute auch noch in der technik hier sorry man 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 so viele vorbereitungen bei mir das ist wenn le ist also da 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 Können Sie hören, auch im Ziel. Ja. Man, der springt einfach nur in der Farce, ey. Ja, leider. Timing. Zweimal zu früh. Dafür einen neuen Max-Watt-Rekord für nichts. 5 Sekunden, oder? Ja. 1.155. Ich habe zum ersten Mal bei mir rechts gesehen, 15 Watt. Aber es war halt zum Beginn vom Titans und nicht am Ende. Leider. Ja. Ja. Das ist einer los. Ja, das ist einer los. Ich dachte, komm, jetzt gehst du da mit. Am Ende die falsche Entscheidung. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja. 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 Okay. Das sollte fürs Podium reichen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020